Silvia Wollny, jetzt spricht sie über ihre Schwangerschaft.Sylvia Wollny packt aus. Die Elffach-Mama berichtet offen über die Schwierigkeiten in ihrer Schwangerschaft. Silvia Wollnys jüngste Tochter Loredana ist Ende des Jahres zum ersten Mal Mama geworden. Doch es gibt ein Problem. Der Papa des Kindes, Servet, lebt in der Türkei, sein Visumsantrag wurde abgelehnt. Loredana wollte aber eigentlich in Deutschland eine Ausbildung anfangen. Die 19-Jährige steht komplett zwischen den Stühlen und holt sich Rat bei ihrer Mama Silvia. Silvia Wollny berichtet von ihrer Schwangerschaft.Ich habe gestern mit Servet gesprochen wegen der Zukunft. Da müssen wir wegen dem kleinen Jahr auch einen Plan haben. Er kann ja nicht nach Deutschland, erzählt Loredana ihrer Mutter in der neuen Folge von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Die 19-Jährige überlegt, ihren Hauptwohnsitz in die Türkei zu verlegen. Doch Silvia ist skeptisch. Es ist schwierig, weil du ja auch noch andere Dinge in Deutschland vorhast wegen deiner Zukunft. Du willst ja nicht ewig nur Mama bleiben. Denn Loredana sollte eigentlich im August 2022 eine Ausbildung bei der Frauenärztin Doktor Andresen anfangen. Aber sie wurde dann im April schwanger. Sie hat es mit Frau Doktor Andresen so besprochen, dass sie, wenn das Baby da und alles in Ordnung ist, das Ganze zwei Jahre verschiebt und dann 2024 in die Ausbildung geht. Punkt Silvia spricht aus Erfahrung. Sie wurde selbst schon als Teenie-Mama. Ich wurde auch ziemlich früh schwanger mit 18. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Ausbildung und habe mein Ding durchgezogen. Ich musste dann ja irgendwie mein Kind ernähren, weil ich es dann ja haben wollte. Hat alles super funktioniert, erinnert sie sich zurück. Damals arbeitete Silvia in einem Hotel. Es ist sehr wichtig für ein Mädchen, die schon Mama ist, eine Ausbildung zu haben, damit sie ihre Familie ernähren kann. Ob Silvia Loredana mit diesem Argument überzeugen kann? Das wird zeigen.